Hallo Spielkultfreunde, ja, endlich sind wir zurück aus unserer Sommerpause. Ich muss zugeben, ich habe euch ja auch schon vermisst. Also, los geht's mit dem neuesten Weekly. In dieser Woche neu von uns getestet, Five. Das ist ein eigentlich abstraktes Spiel im relaxenden Südsee-Setting. In jeder Runde legen wir einen von zwei Spielsteinen. Die Spielsteine werden immer zufällig aus dem Beutel gezogen. Die wandern dann auf die eigene Spielertafel, die ein 5x5-Raster an Plätzen zeigt. Die Spielsteine gibt es in fünf Farben mit fünf Symbolen und Zahlen von 1 bis 5. Einmal gelegt, muss auf den neuen Stein mindestens ein Wertungsplättchen zeigen und die platziert jeder individuell. Um Punkte zu machen, müssen die Aufgaben auf den Plättchen erfüllt werden, zum Beispiel eine Reihe mit identischen Symbolen belegt, Zahlenfolgen eingehalten oder ein Farbvollhaus gebildet werden. Das Trickreiche, jeder Spielstein zählt immer für alle Wertungsrichtungen. Glücksbringer können die Auslage zudem optimieren. Am Ende gewinnt, wer die punkteträchtigste Auslage erpuzzelt und zudem im Idealfall noch Boni eingesammelt hat. Gleich vorab, wer hier ein rein taktisches Denkspiel erwartet, mag vom Glücksfaktor, der definitiv vorhanden ist, abgeschreckt werden. Five sieht sich selbst als Familienspiel. So sind die Regeln dann auch wirklich simpel, aber dennoch ist Rübeln angesagt. Vor allem ist es wichtig, eine gute Übersicht zu behalten, damit die Spielsteine idealerweise gleich mehrere Wertungen erfüllen. Gespielt wird dabei weitestgehend solitär. Einzig das Wettrennen um Bonuspunkte durch die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe vor allen anderen bringt eine kleine Spielerinteraktion mit sich. Das Spiel macht mit seinen Grundkonzepten jetzt gar nicht so viel neu. In der Kombination fügt sich aber alles nett zusammen. Es ist ein Optimierungsspiel, das durchaus einen Denkanspruch einfordert, dabei aber vorwiegend eher die Gelegenheitsspieler bzw. wie es die Schachtel schon vorgibt, Familien anspricht. Für diese Zielgruppe gibt es von mir sieben Punkte. Hardcore-Strategen, die sonst nur abstrakte Denkspiele wie Schach spielen, ist allerdings, wie bereits gesagt, zu viel Glück im Spiel. Eine eigene Videoreview gibt es auf unserem Kanal. Rule Banders ist ein Mehrheitenspiel, das uns in jeder Partie in eine wechselnde Kombination aus Welten, zum Beispiel Sci-Fi, Fantasy oder Piraten entführt. Dazu gibt es passende Karten, die die unterschiedlichsten Effekte im Spiel auslösen. Es gibt Leisten, die am Spielende Punkte bringen, Plättchen und Kartensets, die ebenfalls zum Sieg beitragen. Der Fokus liegt jedoch auf den Regelmodulen. Die verschiedenen Bereiche des Spielplans zeigen diverse dieser Module, auf denen wir Energiewürfel ansammeln können. Nach jeder Runde wird geschaut, wer hier eine Mehrheit erzielt und dann dürfen die Regeln dieses Moduls zum eigenen Vorteil verändert werden. So kann zum Beispiel die Währung wechseln oder das Thema der Karten. Lutz war sehr gespannt auf dieses Spiel. Ein Spiel, bei dem wir die Regeln zu unserem Eigennutz beugen, klingt doch erst einmal noch etwas Besonderem. Die Karten, ja, die verschiedenen Themen im Spiel, die erkundet werden wollen, das ist dann auch alles gut gemacht und interessant. Leider tritt das Hauptkonzept, das Abändern der Regeln, im Spiel gar nicht so sehr in den Vordergrund. Es gibt halt nur vier Runden und die Möglichkeit, etwas abzuändern nur zwischen den Runden, das ist etwas schade. Zudem gibt es eine gewisse Glücksabhängigkeit bei den Karten, die Ungleichgewichte erzeugen können. Das Ausspielen der Karten, um sich in einer Runde zu halten, kann sich gerade mit mehreren Spielern auch mal in die Länge ziehen, weswegen Lutz das Spiel eigentlich nur noch zu dritt empfehlen mag. Darüber ist die Downtime manchmal zu hoch. Zu zweit dagegen muss ein Dummy-Spieler herhalten. So lässt Rule Banders Lutz ein wenig ratlos zurück. Ja, das Spiel hat interessante Ansätze und Elemente, die Spaß machen. Und ja, es gibt auch Situationen, in denen Lutz sich langweilte. Vor allem wurde die Spieldauer allzu lang empfunden. So kommt Lutz dann insgesamt auf sechs Kultpunkte. Strandunter heißt ein Familienspiel, das in vielen von uns wohl Kindheitserinnerungen an den Urlaub am Meer auslöst. Es gilt, Sandburgen zu bauen, die mit Muscheln bezahlt werden. Um Muscheln aus einer Wasserrinne zu sammeln, werden in jeder Runde die Fächer eingestellt. Wer den Zeiger am weitesten links eingestellt hat, erhält den Zuschlag. Aber nur wenn er der Einzige ist, der diese Position gewählt hat, die mit den Muscheln gebauten Burgen bringen dann Punkte. Je weiter sie vom Strand entfernt gebaut werden, umso mehr Punkte gibt's. Aber denkt an die Gezeiten. Ebbe und Flut geben nicht nur neue Muscheln frei oder spülen sie weg. Wer so risikoreich am Wasser gebaut hat, verliert auch seine Burg. Gabi findet das Thema und die Umsetzung toll. Einzig die leicht zusammenfallenden Sandburgen bereiten ein wenig Kummer. Ansonsten sieht das Spiel schick aus. Ein echtes Familienspiel eben. Der Ich-denke-dass-du-denkst-dass-ich-denke-Mechanismus. Beim Einstellen der Fächer sorgt immer für Spannung, was auch fürs Sandburgenbauen gilt. Ja, natürlich kann es beim Fächer passieren, dass man da auch mal in die Röhre guckt, wenn man Pech hat. Beim Bauen gilt dagegen Mut zum Risiko und hohe, aber unsichere Punkte. Oder lieber den Spatz in der Hand als die Möwe auf der Burg und sichere, niedrigere Punktezahlen einkassieren? Das ist hier die Frage. Das Wasser ist, wie das echte Meer, eben manchmal einfach unberechenbar. Für Gabi ein gutes Familienspiel mit einem schönen Mix aus Zocken und Spekulieren. Macht entsprechend gute sieben Punkte. Wald der Wunder nimmt uns mit in Alice Wunderland, genauer gesagt in ihren Märchenwald. Jeder besitzt ein eigenes Spielertableau, von dem es zwei unterschiedliche Seiten gibt, sowie ein angestecktes Wertungstableau, ebenfalls doppelseitig bedruckt. Nun darf der aktive Spieler immer einen Stoffbeutel mit Legeplättchen einer bestimmten Form auswählen und, an die Spielerzahl angepasst, zufällige Plättchen herausziehen. Er sucht sein Plättchen als erster aus, die anderen folgen Reihe um. Die Plättchen wandern aufs eigene Board, liegen zwei Kartensymbole aneinander, gibt's dafür ein Einer-Bonus-Plättchen. Am Ende gibt's dann Punkte für die gelegten Motive. Schachfiguren wollen aufs Schachbrett, Bäume in Reihen möglichst weit auseinanderstehen, Pilze sammeln sich in Spalten, Rosen bilden möglichst große Rosenbüsche. Und je nachdem, mit welcher Seite gespielt wird, kann es dann auch noch Minuspunkte für schlecht platzierte Plättchen geben. Gabi ist zunächst einmal überrascht, dass der deutsche Titel von Alice Garden, so heißt das Spiel nämlich im Original, gar keine Referenz mehr zu Alice im Wunderland aufweist. Dabei ist die Bezugnahme eigentlich offensichtlich. Die Covergestaltung ist entsprechend märchenhaft ausgefallen, das Spiel an sich dann ein einfaches Legespiel, das von den Regeln bereits gut mit Kindern gespielt werden kann, wobei die Wertung am Spielende dann die Spieltäfe generiert. Die muss also verstanden werden, damit man seine Plättchen taktisch klug legt. Schön ist es, dass die Tableaus doppelseitig bedruckt sind, sodass man etwas Varianz beim Legen und beim Werten hat. Ja, es gibt viele ähnliche Spiele, okay, aber deswegen ist der Wald der Wunder kein schlechtes Spiel. Im Gegenteil, Gabi wurde positiv überrascht und vergibt für Fans von Spielen dieser Art gute sieben Punkte. Das Restaurant Cosmopolit empfängt internationale Gäste und wir sind die kooperativ agierende Restaurant-Crew, bestehend aus einer Kellnerin, einem Oberkellner sowie diversen Köchen. Das App-gestützte Spiel lässt die virtuellen Gäste dann über die Sprachausgabe, die nur die Kellnerin über die an Smartphone anzuschließenden eigenen Kopfhörer hört, Gerichte in Landessprache bestellen. Die Kellnerin muss das Gehörte möglichst lautgetreu wiedergeben, der Oberkellner notiert und die Köche suchen aus unzähligen Karten anhand der Lautschrift das vermeintlich gesuchte Gericht heraus und anschließend die angegebene Hauptzutat. Die Kellnerin gibt die Lösung dann schließlich in die App ein und im Idealfall ist der Gast zufrieden. Das Ganze läuft jedoch auf Zeit und die Gäste bestellen wild durcheinander. Chaos ist also vorprogrammiert und das in verschiedenen aufsteigenden Leveln. Die Idee, die Sprachdiversität unserer Welt in einem Spiel rund ums Essen zu thematisieren, ist sehr gelungen. Die Umsetzung wurde liebevoll ausgestattet, die App funktioniert zumindest auf unseren Testgeräten gut und stabil. Das Spiel besitzt dabei einen gewissen Eventcharakter. Gerade die ersten Partien sind witzig, wenn es im Restaurant auch mal lauter zugeht. Die Mischung aus stille Post und Suchen motiviert anfangs immer höhere Level zu erreichen. Hat man das jedoch einmal geschafft, dann flaut der Langzeitreiz doch ein wenig ab. Letztlich besteht die spielerische Komponente nur aus der Wiedergabe vom Gehörten und dem Durchsuchen der Karten. Das ist dann rein von der technischsten Seite mehr Beschäftigung, mehr Fleißarbeit, kein taktisches Spiel. Das will Kosmospolit natürlich auch gar nicht sein. Es geht um Auffassungsgabe und Schnelligkeit. Anfangs sehr gut, später nett. Auf Dauer würde ich mir neue Herausforderungen wünschen. Aber für das, was es sein will, gibt es von mir dann unter Berücksichtigung beide Ausschläge nach oben und unten. Insgesamt gute sieben Punkte. Ach ja, die gute alte sieben, ihr wisst schon. Eine eigene Videoreview gibt es zudem auf unserem Kanal. Hey, und das wisst ihr auch schon. Wie immer findet ihr ergänzende, ausführliche, schriftliche Rezensionen auf unserer Webseite. Und ab sofort kommen dann da auch wieder wöchentlich fünf neue Spieletests hinzu. Reinklicken lohnt sich also immer. Auch während unserer Sommerpause fanden unsere Spielkult-Spieletreffs weiterhin statt. Kurzum, es wurde viel gespielt. Ein paar Spiele habe ich mal herausgepickt, die anderen seht ihr dann im Schnelldurchlauf. Beginnen wir mit Space Station Phoenix. Das ist eine Mischung aus Worker Placement, Ressourcen Management und Engine Builder. Wir bauen unsere eigene Raumstation aus bis zu neun Sektoren. Dazu nutzen wir unsere Raumschiffe für Aktionen, die jedoch bezahlt werden wollen. Zudem lassen sich auch Raumschiffe verschrotten, um schneller an Metall für neue Sektoren zu gelangen. Über die Diplomatie-Leisten gibt es Boni. Und das auch in den Spielzügen der Mitspieler. Zudem sollten wir die freien Räume der Sektoren mit Aliens oder Menschen füllen. Darüber werden dann nämlich dauerhaft Boni oder Vorteile freigeschaltet. Mehr zu dieser Neuheit gibt es in aller Ausführlichkeit nächste Woche. Tenpenny Parks ist eigentlich ein recht simples Legespiel, bei dem wir unseren eigenen Freizeitpark erschaffen. Das Karussell bestimmt, wie teuer neue Puzzleteile sind, die dann aufs eigene Tableau gelegt werden. Doch da sind erst einmal noch die Bäume im Weg. Zudem dürfen sich die Teile nur über die Ecken berühren, nicht über die Kanten. Fortschrittsleisten schütten nach jeder Runde Boni aus und bringen am Spielende Punkte. Im Spiel ist es dann aber vor allem wichtig, eine gute Einkommens-Engine zu entwickeln, um zusätzliche Punkte über Werbung machen zu können. Mehr zu diesem Spiel gibt es ebenfalls bald bei uns. In Museumpiktura holen wir uns Gemälde berühmter Maler in die eigene Ausstellung. Zunächst tauschen wir in jedem Zug Gemälde mit internationalen Museen, wobei jedes Museum mit seinen Vorlieben bestimmt, ob ich zahlen muss oder etwas erhalte. Dann können wir das eigene Museum verbessern, indem wir ein Gemälde von der Hand auf einen freien Platz des eigenen Museumsplans spielen, dafür aber ein weiteres Gemälde ins Archiv legen. Mit der Inventur können wir alle Karten aus dem Archiv zurückholen. Außerdem lassen sich noch Sonderausstellungen arrangieren. Zudem gibt es unterstützende Mäzene im Spiel. Am Ende gibt es Punkte für die Zusammenstellung der eigenen Ausstellung und die Erfüllung der Kunstvorlieben. Außerdem die Erbauer von Teotihuacan. Das ist keine Erweiterung zum bekannten großen Strategiespiel, sondern ein eigenständiges Spiel, bei dem wir versuchen, den besten Plan für die Schaffung der Stadt Teotihuacan zu erstellen. Wir bilden Stapel aus Aktionsscheiben, nutzen Boni, bauen Tempel, Produktionsstätten und erpuzzeln eine Pyramide im Zentrum. Dabei ist das Ressourcenmanagement ein zentrales Element, denn es wird im Laufe der Partie immer enger auf dem eigenen Tableau, der Platz für Ressourcen ist also knapp. Mehr zu diesem interessanten Kennerspiel erfahrt ihr bald in einer Rezension auf unserer Webseite. Origins New Builders oder in der deutschen Version Ankunft der Erbauer ist ein Strategiespiel, bei dem ihr als Anführer eures Volkes Gebäude und Monumente errichtet, die drei Tierkreistempel erklimmt und euch an einem Wettrüsten beteiligt. Ja, all das gab es in der Antike und ihr seid ein Teil davon. Sammelt Ressourcen, nutzt die Gunst der Sternzeichen und rekrutiert Arbeiter, um eine ganze Stadt zu erschaffen. Mehr zu diesem würfelgesteuerten Spiel gibt es bald in einer Rezension bei uns. The Hunger kombiniert Deckbau mit einem Laufspiel. Als Vampire entfernen wir uns nachts vom Schloss, um in verschiedenen Landschaftsbereichen Menschen zu jagen, Gefährten zu finden, Fähigkeiten zu verbessern. Bezahlt werden die Aktionen mit Kartenwerten, die sowohl für die Bewegung auf dem Spielplan als auch für den Kauf neuer Karten benötigt werden. Die Karten haben beim Ausspielen dann auch individuelle Effekte. Während wir auf dem Spielplan Schätze finden, Jagdseele definieren und umso mehr Boni-Einheim sind, je weiter wir uns vom Schloss entfernen, bringen gejagte Menschen wichtige Punkte, aber sie verlangsamen die Bewegung. Und die ist wichtig. Wer es nämlich bis zum Tagesanbruch nach 15 Runden nicht zurück ins Schloss schafft, der zerfällt als Vampir zu Staub und kann nicht an der Entwertung teilnehmen. Rezensionen und Videofolgen in Kürze. Northgard Uncharted Lands ist ein Erkundungs- und Eroberungsspiel und basiert auf dem gleichnamigen Videospiel, das uns mitnimmt ins Zeitalter der Wikinger. Jeder übernimmt die Rolle eines Wikinger-Clans, der möglichst viel Ruhm erlangen und neue Gebiete kontrollieren möchte. Dabei wird natürlich auch gekämpft. Aktionen werden über Karten ausgeführt und das eigene Kartendeck wird dabei sukzessive ausgebaut und verbessert. Die Clans entwickeln zudem neue Technologien und dabei ist gutes Ressourcenmanagement gefragt. Schließlich müssen nicht nur neue Gebäude errichtet oder das Können der Krieger verbessert werden, nein, die eigenen Clan-Mitglieder müssen auch noch ernährt werden. Ja, und dann gab es in der Weekly-freien Zeit im Sommer auch noch viele weitere Spiele auf unseren Tischen, also zünden wir jetzt den Turbo. Immer wieder gern gespielt, Cascadia, das aktuelle Spiel des Jahres. Neu auf dem Tisch, das Flip-and-Ride-Spiel Get On Board. Das wunderschön ausgestattete Kickstarter-Spiel Aqua Garden. Die bunte venezianische Punktejagd, der Glaskünstler Mille Fiori. Das witzige nautische Social-Deduction-Spiel Feed the Kraken. Nicht mehr ganz neu, aber immer noch gut. Blood Rage. Dann hübsche Schlachten mit Warhammer 40k, mit selbstbemalten Miniaturen. The Guild of Merchant Explorers, ein Flip-and-Ride-Spiel ohne Ride, dafür mit Spielbrett erscheint nächstes Jahr auf Deutsch bei Skellig Games. Das strategische Wirtschaftsspiel Carnegie hier in der Kickstarter Deluxe Edition. Das taktische Legespiel-Highlight Planet Unknown, auch hier in der Deluxe Edition. Eine deutsche Version wird bei Strohmann-Games erscheinen. Terraforming Mars mit dem neuen 3D-Material der Sammlerbox. Ebenfalls in fernen Welten unterwegs, Excoation Earth. Immer wieder bei den Vielspielern beliebt, Arche Nova, das Zoo-Aufbauspiel mit der unendlichen Kartenvielfalt. Dann der taktische Engine-Bilder, Reis Arcana mit den Erweiterungen. Lish Boa, das strategische Meisterwerk von Vitala Serda. Fressen und gefressen werden in God's Love Dinosaurs, auf Deutsch erschienen unter Ein Paradies für Dinosaurier. Per Flip-and-Ride zum Mond mit Welcome to the Moon. Das Legepuzzle Five, eben bereits ausführlich vorgestellt. Unser neuer Kartenspiel-Dauerbrenner, das Stichspiel Scout. Das Partyspiel Top Ten und, und, und. Puh, erst mal durchatmen. Hey, Lust bekommen jetzt mitzuspielen? Dann habt ihr die Gelegenheit dazu. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag treffen wir uns um 18 Uhr in Witten im Ruhrgebiet. Wer gerne dabei sein möchte, kann sich über das Kontaktformular auf unserer Webseite melden. Und weiter geht's in der nächsten Woche mit neuen Spieletests, unter anderem zur gerade gezeigten Space Station Phoenix, zum ebenfalls gerade gezeigten Get On Board und zu Jurassic World, Rücker zur Isla Nubla. Alle News findet ihr wie immer auf unseren Seiten der bekannten Social Media Plattformen und natürlich auf unserer eigenen Webseite. Kommt gut durch die neue Woche. Bis zum nächsten Mal.